So, neue Runde Loi mit Kati, Selin und Dennis. Hallo, neue Loi hier mit... Hi, ein neue Runde Loi. Ah, gefickt euch. Und ich spiele einen neuen Held. Und ich hab vergessen, hier im Jungle zu helfen. Aber ihr schafft das auch ohne mich. Ihr seid so gut. Krass, ne, die großen Mobs, die jetzt auf einmal reif haben. Ja, noch 100 Jahre Zeit gehabt, hättest du kommen, aber nein. Er bewundert dich über selbst. Ich mach jetzt direkt einen Pentakill auf der Botlane. Kommst du bitte vorbei, du kannst den Blue haben. Also ich sag, der Trash von denen kassiert in der Mitte. Richtig. Richtig übelst wird der Kassier. Abwarten, ne? Abwarten. Wir haben Graves und Soraka, ne? Ich freu mich. Yay. I like. Bin mal ein random da in der Mitte. Ah, der erste Lasted war schon mal übelst episch. Wo hat der drin? Wie geil ist das denn, bitte, Mann, ey. Ein bisschen einfach mal eben ran den anderen Anti-Carry. Ja. Ich hätte mir auch einfach ran springen können. Aber I DON'T WANT TO. Merkst du was, Cati? Ich bin mir ja cool. Aber oben ist, oben ist, oben ist Fertblatt, oben ist Fertblatt. Jaaaa! Boah, der Dennis! Yay, Denne! Rahmen hoch! Dann können wir jetzt anfangen zu final. Du hast seine Lernen gewonnen jetzt, quasi. Ich geh mir mal 1.000 Seelen. Nasi? Na, sie wissen schon. Nasi! Nasi? Ausweis? Was geben Sie mal bitte nicht so viel Gas? Gas! Geht überhaupt der Lease im Jungle, ey? Und auch so, ne? Mit in... Spinnenform? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, hab ich überhaupt kein Schimmer von. Ja, kann ja nur in der Spinnenform gehen, ne? Eigentlich. Wie gesagt. Keine Ahnung. Hab ich keinen Plan von. Und hast du das, wow, 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 am Anfang gehört? Oh nein, hab ich nicht drauf geachtet. Ne, hab ich nicht gehört. Jetzt ist er mad, ey. Jetzt will er mich unbedingt haben, ey. Ich sollte vielleicht nicht kackenreißen, ohne jede Eins in der Seele zu bekommen. Ja, sehr schön. Läuft da gut in der Mitte. Ja. Ja, aber ich hab eh gewusst, dass der gegen Lux kassiert, weil ich finde, der Held hat einfach zu krasse Cooldowns, um auf AP gespielt zu werden. Ja, aber der war richtig knapp, ne? Ja, also... Ich will sie. Jetzt gar nicht gesehen. Sag mal, da liegt ein Schild, bitte. Wenn ich dich nicht sehen sollte. Ja, sieht man ja auch nicht, diese riesige grüne Aura. Ja, ich will jetzt jetzt. Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Jetzt ist Hauhase. Oh, lol. Bist du, sieh'n ganz so komisch aus, ey. Ich hab' jetzt gedacht, hier kommt Auge von Sauron hier angeflogen, ey. Das war gar nicht lustig, irgendwie. Ja, am Anfang kann man nur farmen mit dem Held, aber das ist okay. I like. Ahhhh. Dann hab ich keinen Mana gehabt. Oh. Oh. Ja, ja. Matt. Matt Wyvern. Matt Hoffman? Das ist ein Skater, glaub ich. Ne, ein BMXer. Genau, sogar nicht. Oh, jetzt werd ich geflamed. Richtig. Weil ich Matt Hoffman nicht kenn. Nee. Hätte aber auch ein bisschen Delay der Spell, ne, oder? Oh. Cool, ja. Dieser Hook, ne? Ja, cool, ja. Merke ich schon. Es war echt schwerer zu treffen als mit Blitzcrank, ey. Ja. Äh. 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 Das war... knapp. Äh. Give me next blue. Befehl. Du hast nicht schickt dich, ey. Du schon wieder bist, ey. Too strong. Sis a de carry. Too strong. Hm, das ist Peric. Too strong. Ja. Too strong. I like. Aber dieser CC. I like. Hast du jetzt gesehen, wie E funktioniert, ne? Ja. Ist doch nicht schlimm. War nur ne Frage. War kein Blame. Wir sind ja immer noch, auf jeden Fall. So. I go back. Boah, das ist echt ne übelste Macker, da hatte ich immer englisch reden muss. Kotzt mich schon selbst an, ey. Aber gut. Boah, ich... Der einzige, was mich jetzt schon nervt an, wenn ich AD spiele, den Held Ace, die empfohlenen Items, kannst du schon mal in ne Tonne hauen. Musst du alles selber raussuchen hier, die Scheiße. Hm. Ich mag nicht. Du hast nicht. Du hast nicht ihre einzige Worte. Du hast nicht ihre einzige Worte. Stürzt. Und dann mit deinem Drachen ist ihr Worte. Aua. Ah, mein Ohr juckt. Dennis, was ist mit deinem Farm los, Alter? Was ist da los? Wir sind zu dritt oben, ne? Zu dritt oben, Dennis. You die. Sir Stinkelot. Oh, das sind die schlechte, ey. Das Auto ist zu stark. Wir sind auch nur Worte dran zu sein. Hm. Ich hätte den gekillt, wenn ich jetzt getroffen hätte. Ja, ich gehe gott worden. Lass ruhig, Karte. Nicht Stun. Ich bin Soraka eh nicht erlaubt. Aber man merkt schon, der Ramziehen ist nicht so, nicht so nah, ne? Also man zieht nicht so weit ran, wie mit Blitzcrank zum Beispiel. Aber das ist auch schon... Wenn du wegläufst, glaube ich, ziehst du schon mal ein bisschen mehr. Vorsicht, wir sind da, ne? Vorsicht. Ah, dieser Delay. Da muss ich mich echt dran gewöhnen, ey. Das ist nicht so einfach. Aber ich finde, wir haben die Botlane im Griff. Na klar. Da hat sich gerade im Ladebildschirm noch nicht so angehört für dich. Wann? Hä? Wieso ja? Ach, vorhin. Ach. Hast du Angst gehabt, das läuft nicht? Ich habe nur gesagt... Nein, ich habe gesagt... Ich befürchte das, aber ich glaube natürlich nicht, dass es so ist. Boah, die Angris-Animation ist einfach geil, ey. Von Jace, oder was? Ja. Ja. Jetzt kommt der Todes-Auto-Attack gleich. Dies Damage. Too strong. Hast Elise über uns, Elise? Elise, Elise? Ich shield you, bro. Ja. Gesehen, bro. Du brauchst nicht unbedingt an mich ran springen. Und ich kommt in die Mitte. Elise kommt Mitte. Ja, warum sag ich... Warum wiederhole ich eigentlich genau dasselbe, wie du gesagt hast, ey? Weiß ich nicht. Da ist ein Wort drinnen und ihr nicht drinnen. Das ist sehr strong. Du sagst. 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 Oh, sehr schön. Die Linie aufreißen. Ja. Gną ihn. Wie des auch noch? Nein, nein, nein. Doch die hätte auch noch I thì machen können mit dem alles vlogen. Ich hab 200 life. Ich möchte das nicht riskieren. Sorry. Was sollst du mal mit Ulti da rein ballern? Ahja. Hält hier nicht viel von. die hat nix man so saver kill gewesen also wir haben baut auf jeden fall im griff abgesehen davon hat der graves mehr farmplatz ich komme aber gut da kommen das dingel probieren ohne schlecht ich mach 400 extra schaden wenn ich ein paar sekunden nicht angegriffen skaliert mit adi hat man es kommt nicht auf alle spiele ich mache jetzt halt mit jedem auto text selbst wenn ich kontinuierlich angreifen der über 100 schaden mit jedem auto zusätzlich wir haben es crazy oder crazy for you crazy for me ab ja einfach nix trifft user jointer so jetzt mach ich extra damage wie ist der mülleimer ich hab den auch schon gespielt und wie ist der mülleimer interessant kauf interessant mäßig oder er so war im ernst jetzt wie oft wollen die mich noch denken ich weiß nicht ob das ist für dich ist das ist der wahnsinn einfach nur oben ich kann den noch nicht kaufen so die elise hängt in unserem jungle rum aber ich kaufe den eh nicht weil er ist nächste woche billiger so dringend brauch ich keinen support wo haben wir gewordet ich muss mitte holen wir ich komme doch lieber runter die looks ey die schick dich nix bin gleich da bin gleich da bin gleich da erst dann einfach ich hasse ja die leute die streamen so odd one und so ich muss mir mal irgendwelche champions die relativ schwer zu spielen sind ich denk da bringen hier du mich nur dabei ich hab nicht komm jetzt stirb du weh good job sorry na wie warum sorry na ich hab musste flash benutzen ja ich auch ein bisschen fail ich hab auch geflasht weil ich meine bandage nicht ready hatte Riven, obwohl er die Pushe in der Mitte hat Ja, du gehst Backkarting, gut Auf jeden Fall noch zwei Mitte, ich weiß noch nicht, wo Elise ist Ja, von Elise habe ich auch nicht wirklich viel Angst, um sie zu geben Die würde ich auch killen, glaube ich Elise ist auch so ein Champion, ey So ein Ding wie Kayles Ich weiß nie, ob die ein Charm machen oder nicht Ja, das stimmt Und die nervt übelst, wie Kayle Also das ist wohl wahr, die nervt extremst und ist irgendwie schwer einzuschätzen Und ich hasse dieses Tournament, was jetzt letztens war Willen alle Leute wieder an Elise Katja, wenn du da bist, mach mal was Pass auf Ich glaube, ich komme mal Mitte Immer da, wo Dennis ist, oder geht's, Party CV Gefeuert, ey Gibt's ja gar nicht, ey Aber das hat sie schön gemacht, die Lust Aber nicht hinterher Nicht hinterher, Mann Aber die Riven geht ab, oder? Obwohl die hat erst drei, vier Kills Ey, weg! Was macht ihr denn da? Was macht ihr denn da? Was? WTF? Na, jetzt habt ihr beide tot Ja Das war echt, also das war ja wohl echt, also Captain Obvious hier, ey Also das hat man doch gerade schon gesehen, dass die da drinnen Ward hatten Und die geht da halt volle Kanne rein, ey Oh Mann ey, nicht so cool irgendwie Und ja, vor allen Dingen auch gegen die Riven, weißt du, also, wie er verträgt Stunt und Naja, deswegen sag ich ja, das ist ja das Lustige Ah, ist halt Fail, echt Naja, machst du nix, ist halt leider so Zieh'n den Bot Tower jetzt, glaube ich, weg Habt ihr mitbekommen, was hier im Team von Wicked und so passiert ist? Nee Sie haben ja CLG verlassen Alter Was haben die? Sie haben ja CLG verlassen Ja Sind jetzt bei TSM Ja Ah, okay Interessant TSM eh Interessant Ja Ja Mr. Graves Dört euch das, wenn ich gerade rede? Nee Ich hab mich so So genervt und unmutiviert Ja, die Botgames wird nervig Im Spiel genervt mich von dir Komisches Spiel auf jeden Fall Die Bot ist gewordet im Moment Lol, die Elise ist ja ausdrunk Na, ich hab am meisten Angst, ehrlich, wenn ich ehrlich bin, vor der Riven Was hat die Riven für einen? Bin ein bisschen tot Weil da hat's äh, äh, ionische Stiefel, Bluteleiser, dann so'n HP-Kristall, zwei Dorans und ein Vampir-Zepte Ja, hab ich genau reingelaufen Na, ehrlich Oh, geht eigentlich Er ist tot Du bist tot, Kati, oder? Nee, der Tower Wieso, ne, ich komm runter Oh, zu spät Ja, sorry Ja, ich hab gerade in der Mitte was versucht Ist mir die Elise entgegengekommen Wenn ich da, äh, Ulti-Mitte, geht da was? Hm, ne Oh, das heißt es Ja Schön hier in der ganzen Damen-Power rum, äh Neul Ich mach halt die dicken Minions runter Jetzt pass auf Es geht Party-Mitte, ja Es geht hier Au, weg hier, Alter Weg Ja, wir machen den Bot jetzt weg Wir ziehen in den Tower Ja, ja, wir machen den Bot weg Sehr schön Wollen wir noch weiterpushen, wenn ihr der Atom-Packen-Mind? Nee, ja, doch, doch, komm, pushen wir weiter Ja Gehen die denn hier alle... Da sind hier schon wieder alle in der Mitte rumhängen, ey Ich glaube die kommen ja, da sind sie schon Die kommen runter Ah, das ist gar nicht eine scheiß Dinges... Ah, fuck Scheiß die Wand an, ey Ist das kacke Ah, das ist ärgerlich, richtig ärgerlich Ich such mal was anderes jetzt Ich such mal was anderes jetzt Ja, ja, dat ist schon... Sehr krass Eines macht den Drake Ja Ja Den zieht, ne Mit den Items Oh, so lustig Ja, die Spinnen machen halt krass Damage Ah Darf mich nicht unterschätzen Ja, mach doch Old All Ja, boah, ey, ist die blöde, ey Ja, die Lux ist echt, also... Das ist ja wohl echt nicht so strong von, ey, ey Trotzdem glaube ich, dass wir in den Team-Fights übelst gewinnen Die kann nicht rüber Die kann sowieso nicht rüber Hm Na, jetzt kann's rüber Ja Cool Der Oddworld jungelt den Rage jetzt, da bin ich mal gespannt Na, bottom ist wat Der scheiß dumme Graves ist bot Ja, Lux Äh, checkst du's mal hier? Ist ein... Ist dumm Ja Oh, Riven kommt, Alter Leck mich Mach dich weg von mir, Ego Affe Ja, lauf rein, Lux Lauf rein, ja Und jetzt komm Bitte Boah, Alter, ey, die Soraka viel, ey War eigentlich mal ne gute Aktion, ne? Ja, da hab ich nicht viel machen können, irgendwie Ich hab zwar noch meine Ulti gezogen, aber... So... So... Geil, Hauptfaradier Ja... 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 Das war nicht ein wenig, das war ich Das war nicht ein wenig, das war ich Gehen, oder? Ist ja eigentlich ein Passiveffekt Theoretisch eigentlich gehen, ja, also mal testen, ne... Ja... Na, ich glaub, das mach ich auch mal Ich hab jetzt auch ne Schatz-Turf Neiiiin Aus Sibi, ich brauch so ein Item A Soul Ja, ich auch Ich halt mir ja nicht mal Rüstung kaufen, brauch ich halt schon 112 Rüstung, so hab Ich hab eine Ulti gemacht So Muss ich Dennis was klauen, Entschuldigung Dennis Okay, ich stell mir mal vor, du kaufst uns dann auch noch Lass mal Nash, bitte, One Ich hab Angst, dass die den machen Ja, die machen Guck mal, du holst jetzt einfach noch einen Guardian gleich irgendwann Oder so, ne Ja Du Rüstung einfach hast, ey Ja, ja, das ist es, ja Wenn dann noch einer Oh nein Jetzt verreckig, Alter Mann, Ficke, ey In your face, das sag ich eigentlich Die kriegen wir nicht Oder? Ach Ficken Ne, kriegen wir nicht Ne, lass doch auch nicht Flash fahren Das war nicht gut, der Flash, glaub ich, oder? Ohhhh Ohhhh Badage Dann Good Job, ey Sehr schön gemacht, ey Und das war wohl mein Flash her Und das hat mich noch nicht gekriegt Das hat mich noch nicht gekriegt Wie wir die zerrobt haben, Alter, echt in Teamfight Ey, ich dachte ernst, wir kriegen voll auf den Sack Springsteen mit Ulti rein Die standen halt genau alle da in einem Ding da drin, ne Ja Springsteen mit Ulti rein, ich mach meinen Cage rundherum, ey, die könnten sich einfach nicht mehr bewegen Loll 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 Ach gut Strong Wie geil sind die denn, Alter? Du portest dich nicht ernsthaft, oder? Du portest dich nicht ernsthaft, oder? Du portest dich nicht ernsthaft Leute, ich glaub der hat geflasht Das würde mich mal interessieren, ob der geflasht hat, ey Ja, das geilste war eh, ich bin hier Richtung Mauer gegangen Wollte dann da runterflaschen, aber da sind die, genau in dem Moment sind die in Oddo hinten hingegangen Da hab ich gedacht, okay, wenn ihr da runter geht, portest dich einfach oben Ja So Leider echt so ein Millimeter vorm fortende, er hat der mich nur unterbrochen, ey Lustig ist halt einfach Wie ich jetzt halt schon, äh, Minimalschaden von 110 macht pro Treffer Weil ich 110 Seelen hab Das heißt, selbst wenn ich einen 2,5 ATT-Speed hab, würde ich 110 Damage mit jedem Auto-Hit extra machen Zusätzlich Das ist halt, wenn ich länger angegriffen hab, über 500 Damage Ist halt einfach nur, hast du ja gesehen, die Soraka war mit einem Schlag, war die weg Na, die sind halt im Kipp Hätte ich gerade in dem Teamfighter auch nochmal Ulti-Ready gehabt, ey, dann wären die alle weg gewesen Dann wären die alle weg gewesen Oh nein, ich komme Nein, das ist nicht gut Oh fuck Das ist überhaupt nicht gut Das ist überhaupt nicht gut, ne Alter Schwede, dieser Elise, ne, echt, ey Der ist echt strong Er geht da nicht rein, oder? Also ich würde da jetzt echt nicht, ne, ich würde da nicht rein gehen, echt nicht Oder? Vielleicht die Lux Ey, die Lux, Alter Ey, die Lux, Alter Ey, die Lux, ey Ey, die Lux, ey Ja, die Elise hat echt einen guten Stein gesetzt, ey Hat uns halt echt gekillt Wir müssen den scheiß Graves rausnehmen, ey, der macht echt krassen Damage Der hat mich auch isst Die Lux, guck dir die Lux, Alter Boah, ey Ja, jetzt weiß ich auch nicht, was die da macht, ey Wegen der bin ich jetzt auch noch gestorben Ja, ich war aber auch wieder da Ich kam da einfach nicht mehr raus, ey Ich bin dumm gestorben, das war halt mein Fehler Ich hätte halt nicht sterben müssen Aber wenn dich halt einmal der Scheiß trifft, ne, von der dummen Elise, ne, du kriegst halt einfach so krass rein Naja, klar, dann machst du halt nix Das sieht aus, ey Nein, ne Speedy Und wie fahren wir denn? Naja, ich fahren unten Die machen Drake Ja, lass mal hin, lass hin Ich hab 20 Sekunden Ulti Die können wir töten, instant Kommt jemand? Dennis, kommst du mit Speed? Ja, ja, ja Ich bin da unterwegs Alter, wie schnell haben die den Drake gemacht? Ja Wieso Raka, ich muss flashen Das war ja wohl nix Schau mal hier die Boah, ist dieser Delay auf dem Scheiß Bell, ey Echt? Das ist echt schwer einzuschätzen, ey Hier ist schon wieder eine Rue Der war ganz ernst, aber ich gibt ja jetzt kein Blumen, ey Geht das auf mir, ey Geht ihr auch nie besser? Das ist wichtig Ja Ja Also macht die Ulti, um Kills zu spielen, anstatt dadurch die anderen durchzumachen, damit die auch Schaden kriegen Naja, das ist es ja Da standen halt drei Leute, die waren ineinander fast Hätte halt einen von denen gefokust, wären die halt alle gestorben So, ich hör mal eben Runans Ob ich mich hier porten kann? Ja Hier ist ja jetzt gleich eh durch, also von daher Oh, das war aber, glaub ich, trotzdem knapp Hier bin ich Ohhhh So, gut Jetzt können wir was machen Das noch nicht, ob das ist Unfall, dass ich den gezeigt habe, dass ich rausgeportet bin Wie machen Weil jetzt machen die den Baron nämlich Ach scheiße Ja, genau Ich mach das jetzt schon, darunter die Kugel Ja Oh, hin Mach irgendwas Ja, das war zu spät Fuck Scheiße Wollen wir die ab? Können wir die nicht abreißen? Wir können Ja, wir können die abreißen Jemand muss die von mir weg, jemand muss die von mir weghalten, oder? Da Oh fuck, jetzt Ja Genau Das ist ein Flash nicht schlecht Aber er hat natürlich auch wieder Alter, leg mich doch Boah, die Elise, ey Entweder hat die echt super gutes Aiming, oder die ist einfach nur lucky, ey Ist auch nicht, ey Ja, also meine passive geht auf Minions auch Und auf verschiedene Targets, das ist echt krass Und auf verschiedene Targets, das ist echt krass So, wie geil ist er denn? Und abreißen den Spacko Warum rennt die denn alle weg, ey? Ich hab die denn alle in meiner Ulti drin? Ja, ich kann nicht reinrennen, ich bin AD Carry, unsere anderen Leute müssen hier reinrennen Ich hab die denn alle in meiner Ulti drin gehabt Jetzt die Riven bitte vorkossen, damit er da nicht down geht Dann Sehr schön Ja, könnte er direkt finischen eigentlich Mit Creeps aber bitte Mit Creeps aber bitte Weil auch wenns nur ein Soraka ist Den Turm kann glaub ich keiner von uns 10 Jahre tanken Überhaupt zwar, der Graves zieht mich insgesamt aus dem Leben bei 236 Rüstung, ey Ja, der Graves ist krass Das hab ich auch schon gemerkt Bringt halt einfach viel mehr Auf AD gespielt, echt Auf AD Gebäude Sonst machen die uns hier gleich noch fertig hier Ja, gut 158 Rüstung mit Tarik Ja, das war's mal wieder für heute mit LOL Ciao